Mauri, das ist eine Kompromiss 777, ein Neuzugang bei uns in den Gebrauchbooten. Wir haben dieses Schiff schön aufpoliert, es sieht sehr gut aus, der Sprayhood ist ziemlich neu. Das Unterwasserschiff haben wir nagelneu gemacht und ist in einwandfreiem Zustand. Das Schiff ist mit Einbaudiesel ausgestattet und Saildrive. Unsere Kompromiss ist die markante, dicke Scheuerleiste dort, die das Schiff sehr gut schützt. Wir schauen mal in das Schiff hinein. Wir sehen hier ein sehr großzügiges Cockpit, T-Colz ausgestattet. Elektronikinstrumente sind verbaut. Hier ein Blick aufs Vorschiff mit dem T-Colz Handläufen. Nun schauen wir mal in die Kajüte hinein. Was zunächst ausfällt, ist die große Rundsitz-Ecke mit einem sehr großen Tisch. Wir haben ganz toll verarbeitete Möbel in diesem Schiff. Das ist eine sehr wertige Ausstattung. Hinten noch eine Hundekoje. Dann haben wir hier die Pantry mit Koffer und Schubladen. Das ist eine relativ neue Webasto-Heizung verbaut. Im Vorschiffsbereich haben wir die Toilette. Und ganz vorne noch die Vorkuje für zwei Personen als Schlafplatz mit entsprechend viel Oberlicht. Rückseitig der Tür haben wir noch den Kleiderschrank. Alles in allen. Es ist ein super gemütliches Schiff. Die Polster sind in hervorragendem Zustand. Die Möbelverabendung ist wirklich auffällig gut. Das ist auch das Markenzeichen vom Kompromiss. Sicherlich auch im Neukauf ein nicht gerade günstiges Brot. Die Möbelverabendung ist wirklich gut. Wie das in uns die Möbelverabendung muss. Das ist eine sehr große Vorbereitung. Wie ist das? Wie ist das? Wenn die Möbelverabendung ist, dann wird die Möbelverabendung.